Servus Leute, wir sind heute am Float für den Stromberg. Wir fahren jetzt alle Strecken wach. Oh nein! Ach schon. Ja, ihr seht geil geil sein. Ich kenne mich noch nicht so gut aus, weil ich jetzt das zweite Mal erst hier bin und hier viel Neues gemacht habe. Jetzt hier der zweite Teil von der Wildhock. Ich glaube scheiß. Ich bin hier von... Ich bin hier von... Ich bin hier von... Niu! Achei, komm, geht's nicht mehr. Ah, ja, ja. Jetzt die dritte, die mit den vielen Sprüngen in die Leine Lass die Downhill-Dinger da machen, jetzt aber, das reicht, das reicht Jetzt hier ein bisschen runterschalten Boah, Alter Ich fahre ich auch blind hier hinein, total immer Ich fahre ich auch nicht, ich fahre ich auch nicht Oh no. Hier die letzte Line. Jetzt nach der Downhill. Auch hier das erste Mal. Letzte Abfahrt für heute. Die No-Jobs 2, weil die No-Jobs 1 hatten jetzt keine Lust mehr hochzuschieben. Oh ja. Oh ja. Oh. 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 Kleintropke. So, das war's noch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, bleibt gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.